Ein herzliches Willkommen zurück zu Buddycam. Ich dachte, ich nehme es jetzt mal wieder auf. Wir klicken auf Quickplay und suchen eine Map. Hier war ich noch gar nicht drauf, ne? Merke ich gerade so. Gut, ja, auf der Map war ich noch gar nicht. Also hierzu kann ich nichts sagen. Wie gesagt, die Sounds werde ich sehen, ob die laut sind oder nicht. Zu laut meine ich. Ähm. Gott. Irgendwer hat eine Bombe auf jeden Fall. Dieses Game. Es ist aber zu krass. Ah lol. Wir haben auch nur zwei. Achso, ey, ein Schuss. Ein Schuss, Semi. Okay, gucken wir mal. Weiter, weiter, weiter. Ich deck den Dudes. Sind wir noch mehr? Ne, tatsächlich. Wir sind nur wir beide. Hier sind wir denn. Oh, zwei gegen drei. Da ist mal einer. Ey, das sieht... Digga, ganz kurz. Das sieht so ultra realistisch aus. Ich sag mal so, die Blätter, joa. Aber der Rest, mega. Und da kommt diese Characters hier. Ja. Auch wenn, auch wenn es angeblich... Oder nicht angeblich so. Ich denke mal, es ist so. Aber wird ja oft gesagt, Asset, äh, Copy und so. Ist mir scheiß egal. Hauptsache das Game bockt, finde ich. Joa, was? Shit. Äh, keine Ahnung, wo lang. Oh mein Gott. Shit. Das kann ja was werden. Das kann wirklich was werden, ne? Also. Gucken wir mal. Scheiße. Und ich hab das Gefühl, die Pistole... Ich weiß halt nicht, ob es hier so Stärkenunterschiede gibt oder so. Deswegen... Gucken, gehen wir mal weiter. Wir gehen hier durch und er geht da vorne durch. Ja. Ich hab da vorne, glaub ich, angesehen. Ich weiß es aber nicht. Brauchen, glaub ich, mehr Action, ne? Er ist tot schon. Ich find's gut, dass das zensiert ist, Copy. Hier sieht man null, ne? Hä? Ich frag mich halt immer, wie er kann und er uns sehen, aber wie ihn nicht. Können wir nicht bitte eine andere Map kriegen? Oh mein Gott, nein, oder? Warum so eine? Okay. Boah, diese Windgeräusche haben wir noch dazu. Es ist nicht idyllisch, aber ihr wisst, glaub ich, was ich sagen will, oder? Alter. What? Ich hab ihn doch eher erwischt, als er mich. Digga, was? Ja, Digga. Ja, also hinbekommen tun wir sowas nicht. Einfach auf Glück, Glück, irgendwo hinschießen. Hm. Das wär's noch. Also jetzt wird's langsam lächerlich. Wir nehmen mal eine andere Map, also die gefällt mir ja gar nicht. Ich wollte auch nur eine Battlefield eigentlich aufnehmen. Oh mein Gott. Komm, platzierbombe. Ah, ich bin das, lol. Und was? Lol. Warte mal. Könnt man nicht einfach. Hm. Oder ich hab absolut, ganz kurz, ich hab absolut gar keine Ahnung. Ja, wie platziert man die denn? Ah. Scheiße, scheiße, scheiße. Nice. Alter. Hä? Was war das denn? Komm, explodier. Ah. Danke, wenigstens hab ich nicht die Bombe. Wieso hat er denn Main... Okay. Okay, das ist ohne Visier. Das ist natürlich... Ist das eine FK? Ah, chillig. Okay. Von wo? Von wo? Scheiße, von wo? Wir gehen weiter vor. Okay, das wird... Ah, lol. Ich geh hier durch. Perfekt. Oh, nein. Oh, nein. Gut, wir haben hier gesaved. Wenn du jetzt da... Hör auf, verpiss dich. Ich schieß dir sonst im Kopf, ehrlich. Er ist da hinten. Mhm, wir gehen noch davon. Okay, gucken wir. Hier ist keiner. Müssen wir loaden. Okay. Hier ist auch keiner. Oh, scheiße. Da ist es davon, aber... Von wo? Ah, lol. Da. Oh. Hm. Kurz unseren eigenen Typen umgeschossen. Das ist das einzige Gute. Ich würde sagen, wir gehen hier lang. Okay. So, die letzten zwei Runden, würde ich sagen, tatsächlich. Ja? So. Kurz zurückgefeuert. Mit einer... Oh, Glock. Weiter, weiter, weiter. Go. Da. Perfekt, wir haben ihn. Wisst du, wie viel geht's halt, ist das Ding? Ach, Edward? Ne. Schon wieder eine UC. Digga, was ist denn mit dem Falschgelogen? Oh, Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Thanks God, dass diese, grad diese Munition, äh, die, das Magazin so... Shit, da ist jemand, da ist jemand. Da kommt gleich jemand, so hart vorbei. Nein, ich hab, oder? Ich hab die ganze Zeit gegen diese Dings geschossen. Ist das eine M4A1? Ich weiß es nicht. Mhm. Da ist einer. Wie hab ich ihn nicht bekommen? Hä? Okay, lol. Okay, wir gehen einfach raus. Wir wandern raus. Hä? Ich hab ihn doch getötet. Kann doch nicht sein. Und ich würde sagen, das war's dann mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like und Abonniere. Schaut auf gerne auf Twitch vorbei. Ist überall verlinkt. Ich versuch jetzt auch in den nächsten Videos einen, ähm, etwas anderen, äh, Cut-Stil. Vielleicht auch einen neueren. Ich lerne stetig dazu. Ähm, und ja, wir sehen uns aber am nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.